Pauschaltipps für Pauschalhunde. Heute zum Thema mein Hund bellt am Gartenzaun. Na, dein Hund verbillt am Gartenzaun alles und jeden? Jeder Fußgänger, Jogger, Radfahrer oder was auch immer wird lautstark von deinem Hund vertrieben und du weißt nicht, was du tun kannst, damit er im Garten endlich mal die Schnauze hält? Ist doch ganz einfach. Schnapp dir eine Wasserpistole und jedes Mal, wenn dein Hund am Zaun kläfft, spritzt du ihn nass und zack, Problem gelöst. So ein Schmarrn, gar nichts ist gelöst. Weißt du eigentlich, warum dein Hund überhaupt am Gartenzaun bellt und meint, jeder, der am Zaun vorbeikommt, könnte ein potenzieller Feind sein? Die tatsächliche Ursache liegt darin, dass er denkt, dass er für das Territorium zuständig ist. Heißt also, eventuelle Eindringlinge fernhalten zu müssen. Und aus diesem Grund verbillt er am Gartenzaun jeden Menschen oder auch jedes Auto, das da vorbeikommt. Wenn du ihn jetzt mit Wasser bespritzt, kann es vielleicht sein, dass er kurzfristig aufhört, weil er sich einfach erschreckt oder das doof findet, wenn er da nass gespritzt wird. Langfristig wird sich aber nichts an der Tatsache ändern, dass dein Hund noch immer der Meinung ist, dass es sein Territorium ist und damit seine Aufgabe darin zieht, Haus und Garten zu verteidigen. Denkst du nicht auch, dass es wesentlich sinnvoller wäre, deinem Hund erst einmal verständlich zu machen, dass er diesen Job gar nicht übernehmen muss? Sehr gerne helfe ich dir dabei. Denn du weißt, Pauschaltipps sind nie die Lösung, denn dein Hund ist kein Pauschalhund.